hallo messerbegeisterte ich bin der serge von ebishop sportatlantis es ist wieder soweit es ist die nächste lieferung angekommen gott sei dank bei heutigen zeiten ist es wirklich nicht so einfach und ja es sind auch ganz neue sachen dabei zum beispiel das hier das ist so ein mosaik damast mit stabilisierte karellische maser birke in unterschiedlichen farben alles das sind alles so meine modelle berserker adler fuchs keiler ist dabei dann der wolf wiking ja sind auch ein paar wiederhole dabei zum beispiel dieses messer das heißt jetzt dieses messer als jetzt bei mir perser aus damast und wie gesagt dann ein paar wiederholen sind dabei so sieht es aus so sieht die neue lieferung aus hier zum beispiel für grobe sachen wäre vielleicht für so für buschkrafter vielleicht interessant das ist jetzt kein scandy schlief oder so aber das ist auf jeden fall was stabileres so scandy schlief ähnlich ist es auch mit einer phase unten aber ja auf jeden fall sehr stabiles messer zum beispiel so was habe ich da und dann auch so was jetzt auch mal als 1000 lagen damast das ist jetzt auch ganz neu oder so was hier der zwei stahl und mit hier mit nur aluminium vorne und hinten also das ist so ein durchgesteckter so leute so ist das aus und ab kleine änderungen habe ich auch vorgenommen zum beispiel jetzt bei so einem so sieht es jetzt etwas anders aus wie wie bei den vorgängern zum beispiel das ist jetzt hier der fuchs auch sehr beliebtes modell ja das kommt jetzt alles nacheinander in mein ebay shop und dann könnt ihr das ansehen schreibt mir kommentare und wenn ihr fragen habt dann schreibt mir auf whatsapp meine nummer steht bei ebay in der beschreibung drin also wenn jemand fragen hat dann einfach bei whatsapp schreiben und dann beantwortet das relativ schnell so auf diese stelle sage ich dankeschön und bis zum nächsten mal